Da haben wir so'n Facehugger. Oh Gott. Alter, ein Flammenwerfer, der nimmt sich aber wirklich ordentlich, wa? Ist ja... Ist ja nicht wenig. Oh, da vorne ist noch ein Ei zu, wa? Hm, da schau ich doch mal rein. Du Scheiße. Oh, krass. Und was ist los? Wohin, wie? Oh Gott, da war auch noch ein Ei. Oh, 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 oh. Ja, verstecken würd's hier richtig bringen wahrscheinlich. So, das nehmen wir mit. Wir müssen mal anscheinend dran. Überraschungseuer. Hm, da nehmen sie ein nice Spaß dran. So, nie weg. So, nehmen wir jetzt hier. Ja, danke. Alphala-Leitung. Was knurscht hier? Wissen nicht, ob du zu gut ist hier. Was ich hier mache? Oh Gott. Überladen sie die Beta-Kern. Na klar. Wat? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bitte niss. Bitte niss. Äh. Ich sollte mich verpissen, wa? Oh Gott. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist ja mal ganz schön. Habt ihr gesehen, da vorne, wa? Wunderbar. Nein. Nein, 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 nein. So, was ist das? Ich wollte mal... Nee, das kann ich nicht mehr nachladen. Hier vorne war nämlich noch einer. Hier hat er noch Flammenwerfer, Munition. Tue mal noch mit. Bild schön. Ja. Nicht. Oh Gott. Ich muss mal kurz mal hier einen Blick werfen. Ach komm, hör doch auf, Alter. Hier ist noch ein Ausweis oder was bestimmt, wa? Gehen wir mal ganz kurz zurück. Den holen wir uns noch. Ich renne jetzt. Oh, nee, ich darf nicht rennen. Darf ich da überhaupt noch Hand? Sieht nicht so super aus. So, jetzt haben wir hier noch. Jugendetwas. Haben wir hier noch. Hier ist noch was. Ups. Oh, schweb da jetzt. Verstecken. Ja, wahrscheinlich wird's irgendeine Karte sein oder so. Tja, wenn denn eh nicht. Wenn, wenn eh nicht. So, oh Freude. Oh Freude. Oh, Freude. Hängen die alle in die Decken drin? Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ladungspack kann ich nicht nehmen. Miesene. Ah. Also, dass mich das jetzt hier noch erwartet. Damit hat jetzt nicht gerechnet. Also rein theoretisch müssten mich jetzt auch alle Ehrens, die hier sind, irgendwie angreifen. Wett. Wett. So, gut. Okay, hier komme ich jetzt nicht drin. Nicht schön. Ne. War da ein Ehren? Lief das da gerade davon? Scheiße. Jetzt bin ich am Arsch. Jetzt bin ich am Arsch. Ah. Bin richtig am Arsch jetzt. Verdammte Kacke. Wo ist denn? Alter, wo soll ich hin? Ach, da ist ein Tunnel. Oh Gott. Muss ich da durch den Tunnel kommen? Da bieg ich da nach hinten. Bieg ich da so weit von da hinten, ey. Nicht rennen. Cool bleiben. Man, der ist jetzt eh, wo ich bin, ne? Oh Gott. Oh Gott. Oh, nee. Alter, das ist eine Armee von Ehrens, die jetzt hier unterwegs ist. Kannst du die Kugel nehmen? Kannst du auf jeden Fall eine Kugel sparen. Ah, lass sie aus. Lass sie klappen. Nein. Nein. Gott. Ah, bringt mir jetzt aber realist hier, wa? Und wir kommen hier nicht weiter. Achso, ich bin in der falsche Ecke geklettert bin. Sorry. Ah, ich bin so ein Noob, ey. Könnte mich... Versteck mich. Geht gar nichts. Ich brauche mal einen zu trinken. Weil ich mach's trotzdem weg. Vor allem in der Teufelskabin. Ah. Ich würde gerne warten, bis das wieder wenigstens im Lüftungsschacht drin ist. Also, das ist wirklich ein übeles Level. Muss ich ja wirklich sagen. Irgendwie. Ich nehme mich ja jetzt richtig mit hier. Verdammt. Okay, ich würde sagen, er ist erst mal wieder oben. Inselschacht. Okay, Kumpel. Ist scheiße. Ist scheiße. Kann man nicht anders sagen. Tut mir leid, Mann. Oh. Umgepoppt, Alter. Alter, wo muss ich denn hier hin? Wo muss ich denn hier hin? Wahrscheinlich nach da, oder? Ich komme nach da. Aber das Ehen kommt doch gleich wieder an. Ich schüsse nicht. Ich sehe doch, komm. Hau ab. Alter, das juckt jetzt ja nicht mehr, oder was? Interessiert's ja? Ja, nicht mehr. Verstecke ich mich hier. Runter am Schreibtisch. Runter am Schreibtisch. Klicke ich da hinten. Los. So, jetzt brauchen wir erst mal kurz ein bisschen ruhig. Oh Gott. Kann ich eigentlich unterm Schreibtisch nachladen? Wahrscheinlich nicht. Ich fahre. Oh, doch. Hier. Cool. Nice. Kein Strom. Na los. Komm. Stell ich mal ein bisschen mehr hin. So, ich kann das Ding jetzt von keiner Seite aus anschließen. Ist das richtig? Oh, hier ist... Misty. Nee, 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 nee. Ja, na vor allen Dingen hier schön noch den Hammer nach hinten nehmen. Der wird's ja bringen. Oh, unter den Schreibtisch. Ha, 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 ha. Alter, ja, so ein Stresslevel. Absolut. Absolut. Hey, Junge. Okay, leiten sie den Strom von hier weg. Alles klar. Das heißt, ich muss in den Gang rein. Ihr könnt jetzt natürlich halt auch einfach YOLO-mäßig da durchrennen irgendwie und einfach... Ja, ich sag mal, die Munition vom Flammenwerfer halt verballern ohne Ende. Aber ich glaube, wir werden sie noch brauchen. So, ich warte mal auf jeden Fall, bis jetzt sich mal eins kurz beruhigt hat hier irgendwie. Aber... Das kommt auf jeden Fall, sobald wir anfangen, irgendeinen Facehugger oder ein Ei zu beschädigen. Aber er kann ja das eigentlich da... Oder er kann ja einen Facehugger nicht einfach auf die zu rennen lassen. Das... Das... Das geht ja nur wirklich nicht. So, okay. Wollte sagen, es ist... Im Schacht. Die Frage ist nur... Machen wir jetzt auch erstmal kurz ein bisschen Ruhe oder kommt sofort ein Sprung? Ich bleib mal. Tiefste Gangart. Und die Plätscher halt mal doch hoch lernen. Natürlich. Eigentlich los nicht ein. Ja, kann ich jetzt einen Scheiß hierhin tun. Das... Das würde das. Ja, schön. Schön, schön. Schön. Gut, dann... Hoch dich. Kann ich gerne diese Maschine jetzt hier irgendwie benutzen. Stell dich doch mal hin. Ich will jetzt irgendwie nicht so raus. Gebe ich denn da hin? Psch. Komm ich denn da hin? Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich die Taschenwärmpern machen, aber kommen wohl nicht drum rum. Ah, alles klar. Okay, das Ähen stampft schon wieder rum. Hm. Ich will hier vorne bleiben, ob das so spritaniert. Was ist da? Oh... 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 Hohohohohohohoho Schhh, leise, leise, leise kann man ihn很好 Kann nur nicht ganz locker runterdrücken, der muss ja nur immer so Sir kann doch auch mal leise hin So Ist das hier Bauplan gau? Das ist direkt vor der Tür, das ist ja schau, das ist ja schau. Schön leise und smooth. Echt jetzt? Willst du mich verarschen? So, na dann mal schnell den Beta-Kern überladen. Das ist ein Schrott. Oh ja, schön fiepend. Wunderbar. Bitte lass mich doch jetzt einfach nur in Ruhe. Lass mich doch einfach nur kurz hier mein Ding machen. Lass mich raus. Scheiße, ich muss hier raus. So, wo, wie, was, um die Runde rum vorne? Kurz orientieren. Ach, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo? Ekelhafte Mist. Die finde ich wirklich echt widerlich. Okay. Okay. Hier ist jetzt wirklich Alarm am Start. Ach, du Schande. So, warte mal. Ich muss einfach nur... Und los, raus hier. Raus hier, raus hier. Oh Mann, raus. Nein, ich bin in die falschen Gelaufhelden. So, scheiß. Oh, mir, gut. So, warte mal. Kurz gucken, gucken, gucken. Wo bin ich jetzt? Ach, wie konnte ich denn so sch... Man, ich bin so doof. Oh, was ist das? Alter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. So sieht der Plan aus. Es gibt zwei Mokerscheinkreise, die überschüssige Energie in die lokalen Kondensatorenblocks in den Türmen speisen. Wenn ich sie abkopple und das System entlade, wird das Nest dadurch zerstört. Ich habe keine Ahnung, was sie gerade gesagt haben. Halten sie sich einfach gut fest. Ich habe keine Ahnung, was sie gerade gesagt haben. Ich habe keine Ahnung, was sie gerade gesagt haben. Oh, mein Gott. Ah! Ah! Nichts doch! Oh! Muss ich mal schnell rennen. Muss ich mich mal schnell verpissen. Hab ich jetzt nicht kommen sehen. Dazu schon ein Ehen ist gerade hinter mir. Ja, auch hier wieder ist nicht unbedingt eine besonders stilvolle Nummer gewiesen gerade irgendwie, aber haben sie noch am Nehmen. Sind noch am Nehmen. Noch. Noch. Ah! Sorry, sorry. Fies erwischt. Ich bin jetzt laut drin, blökt hier ins Mikro. Das kann schon mal sein. Wenn ich mich ab und zu erschrecken, dann kann das schon mal hässlich werden. Weil ich habe wirklich Angst zu befürchten, dass ihr jetzt eh noch an die Schüssen kommt. Irgendeins. Das hört sich nicht gut an. So, lass mich raten. Hier vorne ist auch noch so ein Ding. Ne, das hat mich... Hm, wo ist das? Wo ist das? Ah doch, hier vorne. Der hält sie? Ja. Oh, nein, 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 nein. Ne? Wer ist das? So, der Form ist ja wahrscheinlich kein Android. Da bekommst du ja schon Stress beim Zuschauen. Ja, das ist... Schön, dass man so ein bisschen Energie noch abheben kann. So. Ja, da wünscht man sich doch den Chillian Stream von Martin zurück mit Death Stranding. So, okay, okay, okay. Das tut. Hammer. 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 So, überlade den Beta-Kern. Hammer. Von wo? Wo ist die... Station da vorne? Ist die Station. Hier runter? Oh. 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 Okay. Okay. Können wir hier nochmal nehmen, Komponente, Zahnpass, damit ja noch mal super. Alles klar, alles eingepackt. Guck dir nischt zurückgelassen. Nicht, dass hier was schlecht wird. Wie geht's doof oder hat? Wo ist das? Ah, okay. Gut, hier unten. Puscht der Button. Zerstör das Nest. Los. Ich sollte mich mal hier verpissen. Ich sollte einfach mal weggehen. Oh. Ich wollte mal zur anderen Seite rufen. Oder? Was ist das? Hier waren wir noch gar nicht. Echt? Wieso denn? Mann. Wie viel Hebel muss man denn da betätigen? Ah. Heute wollen wir glücklich sein, so. Wir meinen es auf die Stelle, hier so ein Sebastian-Punkern zu überhitzen mit drei Knopfdrücken. Oder? So. Nicht sperrt. Nächster. Wumikobo. Hammer. Oh, das ist das, das ist das. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Sehr schön. Hammer. Und nun? Ah, ich hör doch schon wieder Hiwis. Ich hör doch schon wieder Hiwis. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Vier. Ah, Kinder. Nee, wieso? Hm. Hm. So, und jetzt? Wartet jetzt. So, warte mal. Jetzt nehmen wir mal aber hier den Bolzen-Schießer. Schieber. Die Bolzen-Schnipser. Das ist ein krasser Sound, ey. Ich weiß ja nicht, wie ihr das guckt. Guckt ihr das auf Kopfhörer, auf Fernseher oder so? Also, ihr seht, ich hab ja Kopfhörer um. Also, der Sound ist schon mega. Und ich umgekehrt, das sind schon echt klasse, klasse. Esser. Oh, Scheiße. Schieß doch. Boah, ist nicht so zeltverzögert? Das ist ja fies. Oh, komm, beeil dich, Mann. Los. Das ist ja gut aus, das Kopfhörer kommt besser rüber. Ja. Ja. Das sieht gut aus, Leute. Wir schaffen's. Mach doch den Ding auf, Mann, ey. Jesus, was? Oh Gott. Kein Elen. Wenn jetzt hier ein Elen kommt, ist jetzt Polen offen. Wir haben vor Äonen gespeichert. Das müssen wir wieder speichern. Ah, Laptop. Wirkt auch. Ja. Hast du so klingelstabseln? Wie musst du den mal rin machen, wo die... Dabei. Das ist krass, denn. Klatsch. So, und, nun. Hier vorne, Konsole. Wo? Soll ich einen Knopf drücken. Ich muss jetzt hier einen Knopf drücken. Ich muss hier auf der Kappel. Wir müssen ein Nest zerstören. Diese zwei Tasten hier. Oh, okay. Was ist das jetzt? Nach oben oder... Was? Was? Oh, warte mal. Hä? Ah, okay. Na klar. Säubern. Riccardo, ich werde jetzt das Nest beseitigen. Halten Sie sich gut fest. Pörtsche Ding jetzt. Da hängt mich mal nicht bei einer an. Da sieht gut aus. Da kommen sie. Da sind sie. Da sind immer noch welche auf der Station. Mist, es tut mir leid, Riccardo. Kommen Sie einfach zum Marshall-Büro zurück, Rip. Bitte. Nicht heulen. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Wie sind das? Drei, vier, fünf? Wie viel sind sie gewesen? Fünf Ehenes. Ich bin... Ich bin gefickt. Ich bin doch schon mit ihm nicht klar gekommen. Aber wir gehen noch nicht zurück. Das Problem ist, die sind ja nicht nur hier in dem Raum. Die sind... Die sind ja jetzt überall auf der Station. Überall. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, warum? Wieso denn nur? Jetzt krieg ich doch schon wieder tiefste Gangart laufen hier. Oh Gott, ey. Das ist so ein Spiel, wo du einfach einfach so rapide alterst dabei. Das Raubbau am Körper. Halt, Rip. Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Wirklich? Sie müssen zur Krankenstation. Sofort. Die Reaktorsäuberung. Sie setzt alle Systeme auf Sevastopol zurück. Beleuchtung, Transit. Vielleicht sogar die Funkverbindungen. Das ist unsere Gelegenheit. Sie müssen gehen. Sofort. Wir haben wahrscheinlich nicht viel Zeit. Ich gehe runter zu Communications. Copyright Untertitelung.